hallo ich muss euch leider heute eine schlechte mitteilung machen jetzt sind von mir drei videos von assassin's free syndicate rausgekommen und die qualität an sich war ja nicht so pralle ich meine die sind zwar in full hd aber wer so ein bisschen genauer hingeguckt hat wird gesehen haben die sind ein bisschen so kriselig und so weiter das liegt einfach daran dass ich die qualität unterschrauben musste auch speziell für das spiel weil ich sonst massive technische probleme bekommen hätte und ja da muss ich das einfach machen und deswegen sind ja auch so aus jetzt ist es so ich habe fünf weitere videos bereits produziert und nachdem ich diese fünf videos produziert habe fiel mir auf dass es massive technische probleme gab und das obwohl ich bereits in dieser niedrigen qualität bereits produziert haben quasi na und ja die waren gar nicht mehr zum ansehen und das heißt nur das spieleton und darum geht der ging gar nicht mehr der war so abgestockt und so verschoben und verschwunden und da ging auch gar nichts mehr mit mit movie maker oder ein movie und co also mit verschieben und hin und her das war einfach zwar als nur dieser spieleton war eigentlich reif für die tonne das bild ging einigermaßen also es war gut aber es hatte auch solche kleinen stocker drin gehabt es war gut aber es hatte ein paar stocker dran und also insgesamt war für mich die qualität an scheiße mein live kommentar war das einzige was noch gut war wo ich wirklich 100 prozent zufrieden war das waren auch videos wo ich sagen muss die waren wirklich gut was ich ja wirklich selten von meinen videos so behaupten kann aber die waren wirklich gut aber das bringt euch ja auch nicht mehr viel weil ihr könnt diese videos nicht mehr sehen diese werde ich nicht mehr veröffentlichen die habe ich auch bereits schon entfernt also dabei ist die maus kein faden ab diese videos werden nicht mehr erscheinen ja wie es jetzt weiter geht es ist ganz einfach ich werde ganz normal jetzt weiter spielen an der stelle wo ist jetzt sage ich mal abgekackt ist nachdem für videos also oder was ist dann abgekackt ist als ich das dann gemerkt habe dass es richtig abgekackt ist ja und ja ich werde es dann halt weiter spielen aber in einer reduzierten auflösung das heißt ich werde nicht mehr in 1080p die videos herstellen sondern in 720p weil es sonst wieder massive technische probleme gibt es hat aber ein vorteil ich kann die qualität wieder nach oben schrauben so dass die qualität wieder vernünftiger ist als bei den ersten drei videos die ihr vielleicht eventuell gesehen habt wenn nicht dann könnt ihr ja nochmal reingucken ja was bleibt mir da noch zu sagen ja noch mal halt die kurzfassung ich werde jetzt ganz normal weiterspielen ihr werdet die letzten videos nicht sehen können ich kann auch falls ihr euch fragt ja wieso wiederholt er die mission dann einfach nicht ja die mission lassen sich wahrscheinlich nicht wiederholen dann müsste ich wahrscheinlich das spiel noch mal komplett neu spielen weil ich wie ich dann später bemerke habe war das keine hauptmission sondern eher solche aktivitäten und ich wollte ja auch neben mission streamen ja und die kann man so wie ich das jetzt bisher gesehen habe nicht wiederholen und das ist jetzt mein problem ich kann euch diese ja diese sachen nicht mehr zeigen ja das war es im großen ganzen es geht ganz normal weiter mit reduzierte auflösung dafür bessere qualität und weniger technische probleme es tut mir leid